ich habe Hope ein Bild von ihm gezeigt, das ich in einer Zeitschrift entdeckt habe und sie fand, dass er zwar wirklich gut, aber auch total arrogant aussieht ich erinnere mich noch gut an das Foto darauf war er mit zwei wunderschönen, glamourösen Frauen zu sehen Models mit perfekten, nur spärlich bedeckten Körpern, die an seinem Arm hängen und ihn anhimmeln aber keine der beiden ist seine Freundin wenn das stimmt, was in dem dazugehörigen Artikel stand weil er nämlich keine hat und verheiratet ist er auch nicht was mich ein bisschen wundert denn er sieht mit seinen dunklen Haaren und den auffällig blauen Augen wirklich unglaublich gut aus warum so ein attraktiver Mann wohl noch ungebunden ist? ich seufze wieder das ist nicht dein Problem, Grace, erinnere ich mich du wirst ihm vermutlich nicht mal begegnen schließlich leitet er das Unternehmen und wird kaum Zeit haben, jede Praktikantin persönlich zu begrüßen selbst wenn sie weit gereist ist wird sie denn eigentlich jemand am Flughafen abholen? Elisabeth Armstrong klingt ehrlich besorgt ich brauche einen Moment, um wieder in die Realität zurückzufinden nein, ich werde mit der U-Bahn in die Stadt fahren oder ein Taxi nehmen denn die Zeit ist knapp der Flieger, in dem ich sitze, war die günstigste Verbindung von Chicago nach London aber er soll planmäßig um 8 Uhr, also in einer Viertelstunde landen und um 10 Uhr habe ich bereits einen Termin mit Annie French einer Mitarbeiterin von Huntington Ventures die mich am Empfang der Firma erwartet, um mir alles zu zeigen und mich in meine Tätigkeit einzuweisen und die Firma liegt in der City of London genau im Zentrum der Stadt wenn man mit einrechnet, dass ich an der Gepäckausgabe noch auf meinen Koffer warten muss dann wird das alles verdammt eng und ich kann nur hoffen, dass die Londoner Rush Hour in Wirklichkeit nicht ganz so chaotisch ist, wie man immer hört und ich kann nur hoffen, dass die Stadt